EWS. Für den mittelständischen Sicherheitsschuhhersteller ist Made in Germany Verpflichtung und Garant für den Produktionsstandort Deutschland. Das Unternehmen ist in der Lutherstadt Eisleben, dem Herz einer traditionsreichen Region zu Hause. 1000 Jahre Stadtgeschichte. Geprägt vom Bergbau und dem größten Sohn der Stadt, Martin Luther, sind mit dafür verantwortlich, dass EWS tief in Eisleben verwurzelt ist. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei EWS, Ihrem kompetenten Sicherheitsschuhhersteller mit einer über 65-jährigen Tradition aus der Lutherstadt Eisleben. EWS hat sich auf die Produktion hochwertiger Sicherheitsschuhe für die Marktsegmente Feuerwehrrettungsdienst, Heißbereich Schweißer und Industrie Forst spezialisiert. Mit unserer umfangreichen Produktpalette von ca. 300 verschiedenen Artikelausführungen sind wir in der Lage, faktisch jeden Bedarfsfall kundenspezifisch abzudecken. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Sie heute mit auf einen Firmenrundgang zu nehmen, damit ich Ihnen die Produktion von hochwertigen Sicherheitsschuhen der Marke EWS dokumentieren kann. Zur Umsetzung der Firmenphilosophie von Flexibilität und Vielfältigkeit ist die Aufrechterhaltung einer kompletten Fertigungskette notwendig. EWS verfügt über diese Fertigungstiefe und das Unternehmen hat außerhalb der kompletten Montage noch eine eigene Stanzerei und Stepperei. Die Konzentration auf die Produktion hochwertiger Sicherheitsschuhe und Sicherheitsstiefel, die Möglichkeit durch kürzeste Produktions- und Entscheidungswege sofort auf Markterfordernisse und Kundenwünsche zu reagieren, all das garantiert und festigt den Erfolg von EWS. Der kompromisslose Einsatz hochwertiger Materialien zur Sicherung des hohen EWS-Qualitätsniveaus, die Übereinstimmung von Funktionalität, Komfort und Design im Einklang mit den gültigen Normen, dient einem Ziel, der Sicherheit unserer Kunden durch unser Produkt. EWS ist fit für die Zukunft auf dem nationalen und internationalen Sicherheitsschuhmarkt. Kunden sind daher in ganz Deutschland und in vielen Ländern West- und Osteuropas Abnehmer von EWS-Produkten. So besteht beispielsweise unser Profi Premium Plus aus mehr als 130 Einzelteilen. Um höchste Qualität des Stiefels zu gewährleisten, setzt unser Unternehmen auf Handarbeit. Mehr als zwei Dutzend Mitarbeiter, jeder eine ausgebildete Fachkraft, fertigen unsere Produkte mit Herz, Verstand und Können. Ein Produkt kann nur so gut sein, wie seine Bestandteile. EWS kauft weltweit nur ausgewählte Materialien ein. Leder aus Brasilien, Indien, Polen und Deutschland. Schnittschutzmaterial aus Frankreich, atmungsaktive und wasserdichte Membran aus Italien und Deutschland, sowie Bodenmaterialien und Sohlen aus Deutschland. Auch für unser High-End-Produkt, den Feuerwehrstiefel Profi Premium Plus, beginnt alles in der Stanzerei. Sie ist Ausgangspunkt der Herstellung von Schäften und damit Grundlage zur Sicherung der Qualität. In den ersten Arbeitsgängen werden mit speziell für dieses Produkt geschaffenen Stanzmessern Formen aus den Ausgangsmaterialien gestanzt. Die nächsten Arbeitsschritte werden in der Stepperei durchgeführt. Hohes fachliches Können gibt den vorgefertigten Stanzzuschnitten die vorgegebene notwendige Modellgestalt. Hochqualifizierte Stepperinnen nähen die einzelnen Schaftteile exakt zusammen. Zur Schaftkomplettierung werden die notwendigen Ösen und Haken aus Antirostmetall maschinell eingenietet. Prinzipiell erfolgt die Fertigung aller Produkte von EWS nach dieser Technologie. Stets jedoch auch nach den Vorgaben vom Vertrieb. EWS-Sicherheitsschuhe werden auftragsbezogen hergestellt. Die herausragende Qualität der EWS-Produkte ist auch sichtbar. Die Stempelung jedes einzelnen Schaftes gemäß Zertifizierung laut Norm macht dies möglich. Im detailliert durchdachten Produktionsablauf erfolgt nun die Montage. Zunächst werden die Hinterkappen vorgeformt. Dieser Arbeitsschritt sichert im Alltag die Stabilität in der Ferse. Das sogenannte Futterleder-Zwicken formt die inneren Bestandteile in der gewünschten Schuhgröße. Dazu kommen, wie im gesamten Produktionsprozess, Leisten zum Einsatz, die bis zur Endfertigung im Schuh verbleiben. Über diese Futtermaterialien wird nun die Stahlkappe eingearbeitet. In anderen Produktgruppen von EWS-Sicherheitsschuhen werden kundenspezifisch auch alternativ Aluminium- oder Kunststoffkappen eingesetzt. Durch das Zwicken von Oberleder, Spitze, Ferse und der Seite wird das Außenmaterial über dem bisher aufgebauten Schuhkörper in der gewünschten Form befestigt. In der Vorbereitung zur Sohlenverklebung wird der Schaftrand vorgezeichnet und der Schaft aufgeraut. Beides dient zur extrem haltbaren Verbindung von Sohle und Schaft. Beide Teile werden dazu ebenfalls mit einem Spezialkleber eingestrichen. Mit hohem Druck werden im Arbeitsgang Sohlenverpressen beide Teile verbunden. Der Schuh ist in seiner Form fertig und die Leisten können aus dem Schuh entfernt werden. Auch unser Feuerwehrstiefel Profi Premium Plus erhält nun, wie die anderen Produkte von EWS, Einlegesohlen und Senkel. Das Finish, die Endbearbeitung, sorgt für den berühmten Punkt auf dem I. Dieser Arbeitsschritt schafft auch optisch die endgültige Qualität. Ein fertiger, hochwertiger und zertifizierter Feuerwehrschuh kann nun auf die Reise zu seinem späteren Träger gehen. Auch der Versand wird von EWS realisiert. Nach der Kommissionierung der Ware gehen die EWS-Produkte per Paketdienst zu den Kunden. Täglich verlassen ca. 250 Paar Sicherheitsschuhe der Marke EWS das Unternehmen. Unser Unternehmen ist auf die Wünsche unserer Kunden eingestellt. Und flexibel, um diese Wünsche in kurzer Zeit, in höchster Qualität und mit hervorragendem Service zu realisieren. Wir produzieren für Feuerwehrrettungsdienst, Heißbereich, Aluminiumwerke, Stahlwerke, Glaswerke, Gießereien, Industrie, Forst, Kühlhäuser, Montagebetriebe und viele andere. Unsere Außendienstmitarbeiter informieren Sie gern über weitere Details. Aber natürlich sind Sie in unseren Produktionshallen ebenfalls herzlich willkommen. Made in Germany ist für mein Unternehmen Verpflichtung. Der Produktionsstandort Deutschland sichert Industriearbeitsplätze in der Region Mansfeld-Südharz und der Lutherstadt Eisleben. Hochwertige und nach gültiger Norm zertifizierte Sicherheitsschuhe verlassen täglich unser Werk. Und vielleicht sind auch Sie bald ein Träger unserer Produkte. Wir würden uns sehr darüber freuen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017